Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe Tacheles. Heute mal wieder in der Mangelung an Zeit und Lust, das Ganze mit irgendwelchen kleinen Bildern zu machen, wieder in Videoform. Ich dachte, ich probiere dann auch gleich direkt mal was Neues und mache das alles ein bisschen schöner. Übrigens, falls euch wundert, was das hier ist, das ist mein Popschutz vom Mikrofon, damit der Ton nicht so schön gehisst ins Mikrofon kommt, sondern alles wunderbar funktioniert. Falls euch wundert, was das für Zettel sind, das ist mein Terminplan für die Gamescom, um die es heute geht. Solange ich das Mikrofon runterschmeißen und alles kaputt mache. Ja, die Gamescom. Früher eigentlich recht cool immer gewesen. In diesem Jahr habe ich da so ein bisschen meine Zweifel, weil, ja, wofür war die Gamescom früher gut? Es war eigentlich die Messe, bei der die Otto Normalverbraucher und Spieler hingehen konnten und spielen konnten. Irgendwelche Spiele, die in Zukunft erst rauskommen. Ich erinnere mich noch vor zwei Jahren das erste Mal eine Dreiviertelstunde angestanden und Guild Wars 2 gespielt, dann für eine Viertelstunde. Es war glorios und halt so ein Spaß. Man konnte ein bisschen den ganzen neuen Kram sehen. Außerdem war es so eine Gelegenheit, sich mal mit ein paar Leuten zu treffen, die man halt sonst so kennt, die dann da auch hinkommen. Ja, es war so ein schönes Zusammenkommen von seinen Spielekumpels. Dann seit neuestem, also seit zwei, drei Jahren ist auch der eSport da ein bisschen groß, deswegen konnte man da ein paar schöne StarCraft oder jetzt auch in letzter Zeit League of Legends Turniere gucken. Und, ja, dieses Jahr wird es wohl nicht ganz so toll wie letztes Jahr. Wenn man guckt, es ist Nintendo nicht da, das heißt, es gibt keine, links und rechts ist echt schwierig, wenn man das das erste Mal so ungewohnt macht. Weil ich hab jetzt rechts und hier links, ist ja auch egal. Nintendo ist nicht da, das heißt, es gibt keine Wii U. Die Wii U wäre eigentlich perfekt gewesen, jetzt mal so vorzustellen für die große Masse. Die kommt zum Winter im, ja, Weihnachtsverkauf raus. Stattdessen hat Nintendo sich entschieden, wir machen das einfach nicht und fahren dann mit unserem komischen Bus in der Tour durch ganz Deutschland und, ähm, gucken dann mal. Ich weiß nicht, vielleicht war es zu teuer, dass auf der Gamescom mit einem riesen Stand, ich meine, die hatten ja quasi immer eine halbe Halle mit Nintendo. Mit riesiger Bühne, Anspielstation, 3DS und was weiß ich nicht, was alles. Wäre jetzt mit der Wii U vielleicht schön gewesen, aber vielleicht wollten sie, haben sie es noch nicht so weit, dass es auch unter normalem Stresstest funktioniert und, ähm, keine Ahnung. Es wird da wohl irgendwelche Gründe und Hintergedanken geben, warum sie es nicht so machen, sondern mit der Tour. Finde ich persönlich, wie gesagt, ein bisschen schade. Was noch nicht da ist, Microsoft. Da eigentlich nicht ganz so schade, weil, ähm, pfff, gibt es nicht allzu viel Neues. Kinect ist ja jetzt auch schon ein bisschen alt, das braucht man auch nicht mehr anspielen. Anspielen, was gibt es, was neu rauskommt? Gears of War Judgment, Forza Horizon, Halo 4. Wäre vielleicht mal geil gewesen, wenn sie so ein bisschen Multiplayer schon hätten zeigen können. Aber da gibt es dann scheinbar auch nicht genug, was sie da exklusiv raushauen können, um irgendwie die Kosten zu rechtfertigen, da, wie gesagt, diesen riesen Stand an der Halle aufzubauen und zu bespaßen. Den riesen Platz haben sich dann, ähm, ja, ich muss mal näher dranbleiben, sonst werde ich zu leise. Direkt die ganzen miesen kleinen Online-Spiele und Handy-Games gekauft, sowas wie Tank, nee, wie heißt das? War Tanks, World of War Tanks, irgendwas mit Panzern. Ähm, ja, dann sowas wie Arion, Runes of Magic und so, die ganzen Free-to-Play-Oren-Spiele. Der Landwirtschaftssimulator hat einen viel größeren Stand als vorher noch, wobei ich mich immer noch frage, wer es kauft. Ich kann es ja so ein bisschen verstehen, aber es ist für mich immer noch ein Wunder. Ähm, ja, von daher ist in der Komponent jetzt eigentlich ein bisschen weniger los. Und eSport, äh, eSport, eSport-technisch ist halt auch ein bisschen weniger. League of Legends hat jetzt da wieder das Turnier, ich glaube, die IPL ist da. Schlagt mich, wenn ich es falsch habe. Auf jeden Fall, so wie letztes Jahr, das große Dota International Einladungsturnier mit einer Million Dollar Preisgeld ist jetzt auf der PAX East in Amerika, leider nicht mehr auf der Gamescom. Finde ich persönlich auch ein bisschen schade, weil ich hatte mich so ein bisschen gefreut. Ich habe in letzter Zeit wieder ein bisschen Dota gespielt neben League of Legends und fand es eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich hatte es vorher ein bisschen gespielt und fand es da so lala und jetzt ging es. Ich fand es wirklich gut. Ähm, ja, was haben wir sonst auf der Gamescom? Wir haben Guild Wars, was in zwei Wochen rauskommt. Lohnt sich auch nicht wirklich. Was haben wir noch? Call of Duty, Black Ops 2. Ähm, ja, das war es dann auch eigentlich schon, was mir großartig so einfällt. Darkseiders, Darkseiders 2. Kommen jetzt natürlich auch demnächst raus, deswegen, nee. Weiß ich nicht, ob es noch so großartig promoten, ansonsten halt wieder die ganzen Standard-Razer-Stände mit ihrer Hardware. Geschichte und so weiter. Also wie gesagt, im Vergleich zum letzten und den ganzen Jahren davor sieht es nicht ganz so umfangreich aus, was es angeht. Also wenn ich jetzt nicht, ähm, komme ich gleich dazu, ähm, als Presse, zum ersten Mal als Pressemensch da wäre, würde ich wahrscheinlich auch so als Privatmensch nicht hingehen, weil es mich einfach nicht juckt. So die ganzen Kram, den die zeigen. Die Streams von den kleinen Turnieren kann ich auch zu Hause gucken. Guild Wars 2 hatte ich jetzt erst neulich wieder einen Stresstest und muss das nicht unbedingt nochmal eine halbe Stunde für anstehen, um es dann zu spielen. Hm, deswegen, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich bin jetzt das erste Mal als Pressemensch da. Morgen früh geht's los, beziehungsweise heute ging's schon los, bin ich da auf der E-Pressekonferenz. Wenn das Video hochgeladen ist, werde ich vermutlich gerade da sitzen und mir die Ohren zuballern lassen. Mir wurde gesagt, es ist ziemlich laut. Ansonsten gucke ich mal auf meinen schlauen Terminplan, was noch so ist, ähm, bla bla bla, Medal of Honor, Interview, uh, schön, Dishonored. Natürlich, Dishonored, wie konnte ich Dishonored vergessen? Da freue ich mich auch, das ist so ein bisschen wie Assassin's Creed mit ein bisschen Magie und Rollenspiel gemischt. Das könnte echt geil werden. Also, ich freue mich da schon ordentlich drauf. Jetzt haben wir noch Ubisoft Pressekonferenz, ein bisschen Rayman und was weiß ich, die Asti alles für die Wii produzieren, was halt auch dann hätte gezeigt werden können, wenn sie denn da gewesen wäre. Was noch? Assassin's Creed 3. Freue ich mich eigentlich auch, weiß ich gar nicht, ob ich da, also ich bin nicht so gehypt davon. Wahrscheinlich werde ich es dann irgendwie spielen, mir vermutlich auch kaufen, aber, ähm, pfff, ich meine, wir hatten jetzt mit Assassin's Creed 2 und 2.1 und 2 und 3, also mit Revelations und so weiter genug. Weiß ich auch nicht, ob ich mich da so hypen lasse. Far Cry 3. Multiplayer grottig, aber für den Singleplayer bin ich echt gespannt. Die Charaktere, die sehr gesponnen haben, gefallen mir sehr gut. Von daher mal schauen. Black Ops hatten wir schon angesprochen. Nochmal Assassin's Creed 3. Und dann natürlich die Partys, Gamescom-Partys ohne Ende, wo sich Milliarden, äh, Pressefritzen treffen, um sich ordentlich die Kante zu geben. Nein, natürlich nicht ganz so schlimm. So wird es schon dargestellt, aber es ist schon teilweise ein bisschen seriöser, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz, vielleicht ist es ja auch so, wie sich die Leute vorstellen, dass man sich da einfach nur sinnlos besäuft. Äh, ich bin gespannt. Ich werde mich da mal ein bisschen anpassen, umgucken, mal schauen. Ansonsten, ja, das war es jetzt zur Gamescom. Ich bin, werde dann versuchen, während ich auf der Messe bin, ein bisschen mit meinem Handy-Videos zu machen, vielleicht. Ich weiß, ich bin ja mit dem Kamerateam quasi da, also als Teil des Kamerateams. Weiß nicht, ob ich da ein bisschen was für mich und den YouTube-Kanal aufnehmen kann. Vielleicht werde ich sonst nebenbei, wie gesagt, mit dem Handy. Die Kameras sind ja auch heutzutage, also hier Product Placement, Samsung, well, sind ja heutzutage auch relativ okay, beziehungsweise bisher gut. Was mich eigentlich auch sehr gewundert hat, als ich noch ein Foto gemacht habe mit dem Ding, uhuhu. Was ich da früher an Digitalkamers habe, war echt nicht schön. Also die waren wesentlich schlechter. Ähm, wie gesagt, werde ich vielleicht ein bisschen kurz Impressionen machen, vielleicht nach jedem Tag, was ich gesehen habe und so. Ich bin nur bis Freitag da, am Wochenende, das spare ich mir dann, weil die vollen Hallen und Atemlosigkeit kann ich mir dann schenken. Ich habe ja davor alles gesehen, schon in den Pressetagen und deswegen, vielleicht seid ihr ja dann da, mal gucken. Wie gesagt, Freitagabend bin ich schon weg. Ähm, ja ansonsten, vielleicht habe ich ja noch irgendwas vergessen, was ihr unbedingt bei der Gamescom sehen wollt. Ansonsten würde mich auch mal eure Meinung interessieren, wie ihr das so seht, ob die Gamescom langsam so den Bach runter geht und ob das nur durch den verlängerten Konsolenzyklus bedingt, ähm, ja so ein leichtes Tief ist das dann, wenn die Wii U und die Playstation 4 und Xbox 740 dann, dass es wieder nach oben geht und so die praller Titel dann kommen. Ob ihr denkt, dass es wieder so staulich wird wie letztes Jahr, wo dann einfach nach mir das nicht mal mehr Karten verkauft wurden. Wie gesagt, einfach eure Gedankenmeinungen zur Gamescom, einfach in die Kommentare schreiben. Ähm, ich werde das auch wieder twittern, natürlich. Hatte ich ja neulich schon zu E3, wo ich dann auch nur die Streams gesehen habe, jetzt aber dann live vor Ort, was ich alles so auf der Gamescom lebe. Twitter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Super duper doll. Ähm, ja, das war es dann erstmal von mir. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Videos vorbereitet, eigentlich genau genommen. Eins. Das ist ein bisschen Guild Wars World gegen World, was ich aufgenommen habe. Ansonsten macht's gut, man sieht sich vielleicht auf der Gamescom, ich weiß nicht, vielleicht erkennt mich ein paar, merke ich dieses hübsche Gesicht. Ah, okay. Vergesst dieses Gesicht. Ihr seht mich ja, guckt dann mal rum. Sprecht mich an, ich fände das echt mal voll genial geil, wenn mich irgendwer anspricht. Ey, bist du nicht der Q-Tip? Wie geil wäre das? Prominent und so. Aber nicht, wenn ich gerade irgendwas am Aufnehmen bin. Also, falls ich beschäftigt aufsehe, falls ich beschäftigt aussehe, guckt die Person zu und wartet, bis ich da fertig bin. Dann. So ist es generell, wenn ihr irgendwelche Filme seht, habt Respekt davor und lasst die in Ruhe erstmal machen. Ähm, ja, wie gesagt, bevor ich mich jetzt noch weiter drei Jahre verhaspele, macht's gut. Bis dann. Nächste Woche. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.